Was ist denn das für ein Parfum? Zu viel Moschus mag er gar nicht. Das ist deins. Klatsch. Stimmt. Alles wird gut, okay? Sorry, tut mir leid, dass ich so kompliziert mag. Vielleicht wäre es besser, du fragst ihn einfach, was los ist. Wäre besser, ne? Mal interessiert hätte es mich doch. Ich werde. Das ist eine Elizabeth Freedom Edition. Untertitelung des ZDF, 2020